Jungen Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, die MotoGP geht weiter. Saison 2021, 2021, 2022, das zweite Wochenende in Indonesien, live auf der Zone, alle Sessions und das Qualifying und Rennen live auf ServusTV. Aber los geht's mit den Predictions. Heute um 18.30 Uhr das Qualifying. Und von der Pole startet Innea Bastianis. Herzlichen Glückwunsch. Dahinter Francesco Bagnaglia. Und dritter und vierter wird Andrea Dovizioso und Marc Marquez. So, das war's mit den Predictions der MotoGP Saison 2021, äh 2022 meine ich nur. In Indonesien, mit den Qualifying. So, wenn euch das wieder gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach unten. Vergesst kein Abo, dann nehmt die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren, da verpasst dir keine Benachrichtigung. Und ja, bestehner Good Ways. Peace. Ciao.